Also nur, er wird ja jetzt erläutern, aber ich meine, das wäre diese Phase gewesen, wo einfach die ganzen Streamerinnen komplett nackt da saßen, einfach nur noch schwarze Balken zum Zensieren hatten. Es wird Zeit, ich sollte mir das Video angucken, weil ich sehr, sehr viel Drubel mitbekommen habe, dass dieses Video, wie soll ich sagen, sehr bodenlos ist, und zwar das neue Video von Klängern, warum ist das auf Twitch erlaubt? Ja, ich habe schon in einem TikTok gesehen, es wurden ein paar Teile davon auf TikTok hochgeladen, ein paar Ausschnitte, und da wurde einfach mal saftig knaftig geliebt, wie viel denn Amorant auch mit Onlyfans verdient, und dann dachte ich mir, da müssen wir reingehen, wir gehen also rein, let's go, ins Video. Heute geht es um ganz viel nackte Haut, ganz viel Geld, und das hier. Es ist so belastend. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal, schön, dass du wieder dabei bist. Das heutige Video ist für mich ein bisschen schwieriger, weil es um ein paar freizügige Themen geht, und ich doch an manchen Stellen etwas zensieren muss, damit YouTube mir keinen Ärger macht und das Ganze immer noch herbefreundlich bleibt. Ihr werdet schon sehen, warum. Viele von euch erinnern sich bestimmt noch daran, dass Twitch vor einiger Zeit massive Probleme mit wenig Kleidung auf seiner Plattform hatte. In Hot Tub Streams haben sich leicht bekleidete Damen in Whirlpools oder kleinen Planschbecken geräkelt, um möglichst viele Zuschauer zu gewinnen. Digga, ich find's schon geil. Also, was auf Twitch so passiert, ist schon eigentlich nur eine ganz, ganz große Lachnummer, was vor allem so Sachen angeht. Und ich find's einfach geil, wenn dann Leute einfach darüber Videos machen und das auch kein bisschen ernst nehmen. Das macht mich einfach glücklich. Weil das zeigt einfach so ein bisschen, wie dumm einfach vieles ist, was Twitch macht aktuell. Die sind ja, soweit ich weiß, wieder zurückgerudert. Also, ich krieg ja auch mit, was auf Twitch passiert und so. Vielleicht thematisiert er es ja auch noch. Und sagen wir mal so, das hat ganz gut geklappt für die. Und einige haben sich natürlich gefragt, ey, warum ist das eigentlich erlaubt? Warum lässt Twitch das auf seiner Plattform überhaupt zu? Leicht bekleidet, vielleicht schwierig, aber man geht ja nur mit Bademode bekleidet im Wasser schwimmen. Was soll man da schon groß machen? Dass diese Streams allerdings sehr, sehr erfolgreich und damit auch sehr, sehr präsent auf Twitch waren, fanden viele aus der Community aber gar nicht so cool. Also hat Twitch die Community-Richtlinien geändert. Twitch wollte damit eigentlich Klarheit schaffen, nachdem die Hot Tub Streams so eine Aufregung waren. Was ist jetzt erlaubt? Was nicht? Warum? Warum nicht? Also gab es neue Regeln. Und diese Regeln wurden ein paar Tage später wieder zurückgenommen, weil das komplette Chaos ausgebrochen ist. Aber was ist da eigentlich genau passiert? Twitch hatte in... Also nur, er wird ja jetzt erläutern, aber ich meine, das wäre diese Phase gewesen, wo einfach die ganzen Streamerinnen komplett nackt da saßen, einfach nur noch schwarze Balken zum Zensieren hatten. Weil es irgendwie hieß, man darf nur keine sexuellen Sachen sehen, keine Hintern und keine Nippel und sowas. Und sonst war alles erlaubt irgendwie. ...seinen Regelungen gesagt, dass freizügiger Content jetzt erlaubt wäre, solange die Streamer keine sexuellen Gesten und Handlungen machten. Also solange es nicht explizit ist und in irgendeine Richtung geht, darfst du halt ein bisschen Haut zeigen. Und man musste das Ganze perfekt als Artistic Nudity kennzeichnen, damit direkt erkennbar ist, in welche Kategorie das gehört. Und durch diese Kategorisierung sind plötzlich die Zahlen in der Kategorie Kunst ziemlich explodiert. Und daraus ist die Topless Meter entstanden, wie einiges auch bezeichnet haben. Man konnte also oberkörperfrei vor der Kamera setzen und durch einen geschickt gewählten Kamerawinkel hat man dann halt nichts explizites gesehen. Das war halt eine Grauzone in den neuen Twitch-Regeln, die viel versucht haben auszunutzen und was zu... Ja, okay. Im Endeffekt, jede Regel wird so hart ausgenutzt. Das gibt in jeder Regel zwei Wochen spätestens und dann gibt es schon Leute, die das einfach dribbeln. Die sind ja auch nicht dumm. Die verdienen dann mit einer Menge Kohle und deswegen wird sowas immer umgegangen. ... solch merkwürdigen Sachen geführt hat. Ty-Hen, danke für die 2-3! Ja, genau das. Offensichtlich haben durch diese neuen Regeln viele Streamerinnen ihre Leidenschaft für Kunst neu entdeckt. Die Regeln waren da, waren offensichtlich relativ klar, also haben einige Streamerinnen einfach Zensurbalken benutzt, um möglichst viel von dem Rest zeigen zu können. Und das offensichtlich ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Es ist die ganze Zeit eigentlich nur ein Abtasten. Wie viel Haut darf man noch zeigen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen, ohne gebannt zu werden? Ja, und plötzlich hatten wir da... Das ist halt mittlerweile für die einfach eine Challenge. ... an solche Sachen auf Twitch. Grimgore! Grimgore, he's back at it again! Grimgore! Der ist das bodenlos. Yes! Crazy. Diese drei Frauen, die da sitzen, haben auf Twitch über 300.000, 800.000 und 900.000 Follower. Und alle diese drei Frauen haben einen eigenen OF-Account, den sie natürlich immer wieder bewerben. Morgpie, das ist die, die ganz rechts sitzt und auch für solche Sachen verantwortlich war, ist sogar auf anderen Erwachsenenseiten zu finden. Hab ich gelesen? Hab ich... hab ich nicht... Mhm, gelesen. Ähm, für Schulprojekt. Selber gesehen, nur gelesen. Also wirklich, steht im Spiegel. Und die ist sowieso sehr kreativ, was die Auslegung der immer neuen Regeln angeht. Auch da kommen wir gleich noch zu, das werdet ihr auch sehen. Und ich finde gut, dass auch... Ich hoffe, er hat äußerst gute Recherche-Arbeit, ähm, vollführt. Seriöse Streamer, wie zum Beispiel Kevin, sich ebenfalls an diesen wunderbaren Trends beteiligt haben. Was soll ich euch sagen? Neue fucking Meta, bro. Holy shit. Ja, äh, die Kategorie Kunst war plötzlich voll mit leicht bekleideten Damen und ihren neuen Interessen an Kunst. Sodass die Kategorie dann plötzlich über 100.000 Live-Zuschauer gleichzeitig hatte, was ziemlich, ziemlich viel ist für Twitch. Und Twitch so, oh, scheiße, so war das ja gar nicht geplant. Mist. Also hat man ganz schnell wieder zurückgerudert und die Regeländerungen wieder rückgängig gemacht. Deshalb nehmen wir ab heute die Änderungen zur künstlerischen Freizügigkeit zurück. In Zukunft werden Darstellungen von realer oder fiktiver Freizügigkeit auf Twitch nicht mehr erlaubt sein, egal in welchem Medium. Richtig. Ja, dass das auch nicht so ganz geklappt hat, das werden wir auch noch sehen. Denn, wie gesagt, die Damen werden immer kreativer. Aber, dass Twitch ein Problem mit Sexualisierung hat, ist gar nichts Neues und mittlerweile sogar wissenschaftlich erwiesen. Spanische Forscherinnen haben nämlich eine Untersuchung zu diesem Thema gemacht und sind zu folgender Erkenntnis bei ihrer Studie gekommen. Unter Twitch-Streamerinnen gibt es einen Porfizierungstrend. Ach, da müssen wir wieder eine Menge piepen, ey. Dabei wurden 1900... Digga, natürlich, weil die sich dumm und dämlich verdienen können an dem ganzen Shit. Und jetzt mal for real, for real. Für Leute, die Interesse haben, irgendwann mal reich zu werden oder so, die würden das, wenn sie es könnten, 99% davon würden es auch machen. Und, sind wir mal ehrlich, es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank, was du damit für Geld verdienen kannst. Und solange du so viel damit verdienst, wird es weitergehen. ...20 Clips ausgewertet. Die beliebtesten Videos aus den beliebtesten Kategorien innerhalb von zwei Monaten. Und dabei wurden Aspekte analysiert, wie Kleidung, sichtbare Körperteile, Fokus, Haltung, sexualisierte Verhaltensweisen. Also all das, was so indirekt in sowas reinfließt. Und obwohl deutlich mehr männliche als weibliche Creator erfasst wurden, gab es bei den Frauen viel mehr Selbst-Sexualisierung. Und das Ergebnis dabei war leider relativ eindeutig. Als Hypers-Sexualisiert wurden eingestuft zwei Männer und 389 Frauen. Das ist ein... Ich frage mich gerade ehrlich gesagt nur, wer die Männer sind. Wer sind diese paar Männer? Wahrscheinlich Papa Blatte war auch dabei. Für seinen einen Stream. Der große... Andere war Basti. Und vor allen Dingen halt in den Kategorien... In Minecraft. Wen hätte es gewundert? Und wenn man sich so die beliebtesten Clips anguckt, findet man haufenweise Zeug, bei dem man genau weiß, warum es unter den beliebtesten Clips gelandet ist. Einige der meistgesehenen... Das Ding ist halt... Twitch verdient damit auch gutes Geld und deswegen versuchen die das Ganze zu dribbeln und nicht so darauf einzugehen. Es wird immer wieder passieren. Also ich finde es affisch da zu denken, dass sich da irgendwas mal ändern wird. Clips der vergangenen Woche zeigen eine Streamerin, die sich in einem knappen Bikini auf eine Art vibrierendem Balanceboard durchschütteln lässt und eine Streamerin, die auf einem durchsichtigen Stuhl sitzt, unter dem eine Kamera platziert ist. Ja, das nenne ich mal Qualitätscontent. Warum sind diese Clips nur so beliebt? Ja, leider habe ich die aber nicht gefunden für euch. So ein Mist aber auch. Ich finde es sehr schade. Aber warum ist das eigentlich so? Warum hat Twitch so ein Problem damit und warum machen so viele Leute solchen Content auf Twitch? Und es gibt eigentlich einen großen Grund dafür, weil es halt funktioniert. Weil man mit nackter Haut oft halt deutlich mehr Zuschauer bekommt, zumindest in einer gewissen Zielgruppe. Vielen geht es halt dabei einfach nur um Profit. Mehr Zuschauer, mehr Reichweite, mehr Werbung, mehr Geld. Ich mag Moneten. Und dann sagen halt einige, ja gut, wenn es halt so einfach ist und funktioniert... Ja, effektiv, dieser Clip von Spongebob hat einfach alles gesagt. Das denken sie sich. Äh, ich bin ehrlich, ich bin bis jetzt... Onlyfans gibt es jetzt so lange und ich kann es bis jetzt nicht verstehen, warum Leute dafür Geld ausgeben. Ich verstehe es nicht. Bin ich ehrlich, ähm... Gebt mir gerne euer Feedback dazu, aber ich weiß nicht, ich bin das so, ähm... Keine Ahnung, ich kann es mir effektiv nicht erklären. ...funktioniert, dann mache ich das halt. Denn eins muss man dabei verstehen, für diese Damen ist Twitch auch nur eine Werbeplattform. Einige nutzen Twitch nur dafür, um Reichweite aufzubauen, bekannter zu werden und mehr Zuschauer zu gewinnen. Denn eigentlich verdienen die ihr Geld auf anderen Plattformen, wo man gegen Geld ein Abo abschließen kann, um leicht bekleidete Fotos von den Damen sehen zu können. Dort gibt es aber ein Überangebot an Damen, die sowas anbieten. Deshalb muss man am besten sich erstmal eine Fanbase aufbauen, die dann auch bereit ist, sich diese ganzen Abos zu kaufen. Und das geht auf Twitch offensichtlich deutlich einfacher als sonst irgendwo im Internet. Vielleicht auch, weil einige Zuschauer auf Twitch relativ anfällig für solchen Content sind und sich sowas halt gerne angucken. Ja, sind wir mal ehrlich, die meisten Leute, die viel auf Twitch hängen, haben... ...vor allem so meist Jüngere, die sind in ihrer Zockerphase, die gehen nicht raus. Die finden das dann natürlich toll, wenn sie in ihrem Habitat, in ihrem Bereich, wo sie jeden Tag sind, natürlich dann auf einmal Damen sehen. Sind wir mal ehrlich. Das kennen wir. Wenn man auch mal 15... Und natürlich hängen die dann schön da drin und buttern Subs rein. Weil Subs kannst du auch mit Paysafe-Karten kaufen und OnlyFans geht halt nur mit Kreditkarten, soweit ich weiß. Vielleicht geht es mittlerweile auch mit mehr. Ich weiß nur, dass es am Anfang nur Kreditkarten war. Was die ganzen Leute halt so abgeschreckt hat. Und wenn man dort viele Zuschauer gewonnen hat und die immer wieder angelockt hat mit viel Haut und wenig Kleidung, sind einige davon durchaus bereit, Geld dafür zu bezahlen, auch den Rest des Körpers ohne Kleidung sehen zu können. Ja, man hat die quasi angeteast und hungrig gemacht und natürlich gibt es auch ein Angebot dafür, wenn ihr das haben wollt, gegen kleines Geld auf der anderen Plattform. Die vielleicht erfolgreichste auf dem Gebiet ist die Streamerin Amurant. Die ist mit 3,6 Millionen Followern sowieso... Wenn ich allein den Banner schon wieder sehe, ne? Der Banner sagt schon alles. ...so eine der größten Streamerinnen auf Twitch. Und ihr kennt sie vielleicht, es ist nämlich die nette Dame aus dem Pferde-Clip. Die ist vor allen Dingen auch durch Hot-Tab-Streams bekannt geworden und bewirbt auch immer wieder indirekt ihren OF-Account, auf dem man ein Abo abschließen kann. Vor einiger Zeit hat sie dort mal ihre Einnahmen veröffentlicht und offensichtlich... Ja, das habe ich bereits gesehen. Achtung, haltet euch fest, schnallt euch an. Es wird gottlos. In 3, 2, 1... ...lohnt sich dieses ganze Geschäftsmodell von Twitch-Fanbase aufbauen und dann umleiten auf die andere Plattform. Ziemlich, ziemlich doll. Denn sie hat gezeigt, dass sie mit dieser Plattform seit 2000... Alter. Heilige Scheiße. Ihr müsst mal sehen, was hier für Summen zustande kommen. Summen. Subscriptions. Seit 4 Jahren... Warte, wo ist es? Hier. 54 Millionen US-Dollar. 2020 57 Millionen Dollar verdient hat. Holy... Also 57, aber soweit ich das noch aus dem Celtics-Video weiß, ist das der Teil... Da ist noch der Teil von OnlyFans selber mit drauf. Und ohne den Teil von OnlyFans sind es dann 47 knapp. Shit, das sind über 14 Millionen Dollar pro Jahr. Dieses Konzept lohnt sich offensichtlich so viel mehr als Twitch. Vielleicht sollte ich auch einfach umschulen. Das zeigt aber, wie gut diese ganze Masche funktioniert. Leute da anzulocken und die dann dazu bringen, da Geld für auszugeben. 57 Millionen. Sheesh. Der CEO von Twitch hat sich mittlerweile auch zu diesen Damen geäußert, die diesem Geschäftsmodell nachgehen. Und hat gesagt, ach, die tun doch keinem weh. Und ja, hat er ja prinzipiell erstmal recht mit. Aber dann ja irgendwie doch. Diesen Damen geht es... Wäre ja gut. Wer selber Sub ist, der möchte natürlich nicht. Habe ich gesagt. Der möchte natürlich nicht, dass es aufhört. Es ist ja überhaupt nicht darum, zu zocken. Gemeinsam was mit der Community zu machen. Kreative Projekte umzusetzen. Also all das, was man eigentlich auf Twitch machen möchte. Die möchten halt einfach nur möglichst viel Reichweite, um ihren OF-Account bewerben zu können. Wenn das nicht auf Twitch gehen würde, wären die auch nicht da. Und dadurch sorgen die auf dieser Plattform für so ein Schmuddel-Image, was die anderen Creator eigentlich gar nicht haben wollen. Weil man halt als erfolgreicher Streamer neben diesen Sachen angezeigt wird. Und direkt damit in Kontakt steht. Und das macht das Ganze irgendwie halt so ein bisschen weird. Und wenn Eltern dann schauen, hm, was guckt sich denn mein Kind da im Internet an... Das wird noch das Unangenehmste an dem Ganzen. Wenn du mittlerweile sogar beim Twitch-Gucken wegschalten musst, wenn irgendjemand in die Nähe kommt von deinem PC. Dann sieht man halt neben einem Trimax oder einem Gronkh auch solche Sachen, die sehr präsent auf der Plattform sind. Weil sie halt viele Zuschauer bekommen. Ah, was sieht sich mein Sohnemann denn da an? Meine Mom denkt sich, du Sohn. Ja, das denkt sie wahrscheinlich. Und sowas ist natürlich nicht förderlich für ein positives Image der anderen Twitch-Streamer. Aber, und deswegen ist das vielleicht auch der Grund, warum Twitch da relativ wenig gegen macht. Es bringt Twitch natürlich einen Haufen Geld ein. Weil Twitch natürlich an jedem Zuschauer, der sich da Werbung anguckt oder einen Sub abschließt, mitverdient. Und ich meine, ey, bei 6,3 Millionen Followern kommt dabei schon einiges bei rum. Trotzdem sind solche Kontroversen ja nicht gut für die allgemeine Außenwahrnehmung von Twitch. Deshalb wurden am 29. März dieses Jahr wieder die Richtlinien geändert und angepasst. Sie verbietet Inhalte, die sich für einen längeren Zeitraum... Ja, der arme Tomatelex, Junge. Sein Gesicht wurde hier richtig missbraucht. ...auf bekleidete, intime Körperteile wie Hintern, Schritt oder Brüder fokussieren. Also wurden die Damen wieder kreativ. MorgPie, ihr kennt sie von vorhin, hatte nämlich eine besonders kreative Idee. Sie hat nämlich ihren Hintern als... Boah, Digga. Also das ist wirklich so low. Das ist wirklich so, so low. ...Greenscreen-Leinwand benutzt und darauf Fortnite gestreamt. Was, Bruder? Also, man muss es ihnen lassen. Kreativ sind sie. Es ist schon irgendwie eine Kunst, immer wieder Content zu schaffen, der gerade eben so noch im Graubereich und nicht verboten ist. Es ist also ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Twitch und diesen Streamerinnen. Was ist erlaubt? Wer passt die Regeln wieder an? Was kann man gerade noch so machen? Wie viel Haut darf man zeigen, ohne dass man gebannt wird? Twitch hampelt seit Jahren mit diesem Problem rum und irgendwie kriegen sie es nicht gebacken. Weil es viele Leute halt auch missbrauchen wollen, weil es für deren Geschäftsmodell halt lukrativ ist, Leute mit wenig Haut anzulocken. Eigentlich geht es bei Twitch ja ums Gaming und gemeinsame Chillen mit der Community. Und deshalb... Ich sag euch, als auf Twitch noch Minecraft die meistgezockte Plattform war, da war die Welt noch in Ordnung. Da gab es die Bubble, die League gespielt hat, die Bubble, die WoW gespielt hat und die größere Bubble, die Minecraft gespielt hat. Das waren noch wilde Zeiten. Ist es auch so ätzend für einige Leute, wenn sie immer wieder neben solchen Leuten auf der gleichen Plattform auftauchen. Und fürs Image und Bild nach außen ist das halt nicht so geilo. Und ich check, dass einige sagen, ja eigentlich ist das jetzt nicht Teil unserer Community. Aber Twitch ändert halt lieber ständig irgendwie halbherzig ihre Richtlinien, anstatt konsequent dagegen vorzugehen. Also irgendwie hat man das Gefühl, so ein bisschen wollen sie die Damen schon auf ihrer Plattform halten, weil es sich für Twitch halt auch lohnt. Ich meine, andere Plattformen schaffen es auch konsequenter, gegen sowas vorzugehen und dann durchzugreifen, wenn man das möchte. Und durch diese ständigen Regeländerungen ist es immer wieder auch sehr verwirrend zu verstehen, was ist jetzt eigentlich erlaubt und was nicht. Twitch ändert halt auch ständig seine Regeln, weil die auch irgendwie ein bisschen überfordert damit sind. Und diese Regeln sind oft auch sehr subjektiv anwendbar. Eigentlich müsste eine Regel klar sein. Da ist die Frage nur, ja oder nein. Aber in dem Fall ist es immer so, ja, man kann das so interpretieren oder so. Und das ist keine gute Grundlage für eine Regel, wenn man das Gefühl hat, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Und es kommt darauf an, welcher Twitch-Mitarbeiter jetzt hier darüber entscheiden muss, wie die Regel angewandt wird. Es gibt einige Vorschläge aus der Community, wie man mit sowas umgehen könnte. Zum Beispiel, dass solche Sachen nur noch für Accounts ab 18 zugänglich gemacht werden. Man bräuchte dann zum Beispiel dafür einen verifizierten... Das Ding ist aber, das ist keine Hürde. Das ist keine Hürde. Jeder hat irgendwie Accounts, wenn man da reingucken sollte, wie alt man ist, ist man auf einmal, keine Ahnung, auf einmal 88 Jahre alt oder whatever. Das hat effektiv nichts zu sagen. Das ist halt so das Problem. Und dann theoretisch alle mit Perso. Du musst den irgendwie verifizieren. Das ist halt auch wack. Sind wir mal ehrlich. Ein Account ab 18 Jahren, aber sind wir mal ehrlich, auch wenn man nicht 18 ist, schafft man es bestimmt, sich diese Sachen trotzdem anzugucken. Guck, wir haben eine Connection, wir wissen. Ich weiß Bescheid, was du... Ja, ich bin bei manchen Accounts auch 137 Jahre alt. Ich sag's euch, wie's ist. Jeder kennt diese Probleme. Das ist so gut. Ich find's wichtig, dass er's anspricht. Gut. Hat auch keiner was gesagt. Guinness-Buch hat noch nicht angeklopft. Aber durch solche Regelungen wäre es zumindest schwieriger, daran zu kommen und man hätte eine gewisse Hürde, die man dann auch erstmal nehmen muss. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich diese Damen sonst noch in Zukunft ausdenken werden, um die Regeln möglichst frei biegen zu können. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu der Sache. Sagt ihr, ey, das ist so nervig, sowas ständig auf Twitch angezeigt zu bekommen? Oder sagt ihr euch, ey, komm, es gibt Schlimmeres. Sollen die machen? Was soll's? Vielleicht findet ihr es auch gut und gehört genau zu denen, die sowas richtig feiern. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich geh jetzt auf Twitch meinen Verlauf löschen, weil da ist zu viel Shit jetzt nach dieser Recherche drin. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ey, sehr nice, sehr, sehr wild, äh, sehr, sehr wildes Video. Ja, das Thema ist halt schon sehr präsent und, ähm, im Endeffekt, auf der einen Seite stört's mich nicht, weil ich denk, ey, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich kann streamen, wie ich will. Aber, was mich auf jeden Fall extrem nervt ist, wenn ich jetzt, ich hab jetzt einfach mal nur die Twitch-Startseite aufgerufen und mir werden schon, äh, zwei Streams, okay, zwei Streams werden mir angezeigt. Ist aber auch erst knapp 18 Uhr. Äh, meistens, sobald man ein bisschen weiter abends ist, ist auf einmal alles voll. Das geht mir richtig auf die Nerven, bin ich ehrlich, aber gut. Im Endeffekt muss da Twitch, äh, sagen, was die haben wollen und, äh, ich benutze es halt einfach. Ich bin, ich mach mein Content und können die mir alle mal am Arsch vorbeigehen.